So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich die berühmte Infrarotwaffe und damit Schaden machen. Aber ihr seht, gerade noch schnell die Aufgabe mit dem Klombo fertig gemacht. So, wie viele XP es dafür gibt, stand da jetzt gerade nicht. Toll, das war eigentlich nicht so mein Plan, weil das wollte ich nicht mit Thumbelder nehmen. Aber ihr seht, ich habe dann endlich mal eine Infrarotwaffe gefunden und das Ganze mache ich halt in Gruppenkeile. Zack, das waren eigentlich schon zwei Headshots, oder? Was ist das eigentlich? Ne, es waren direkt drei Headshots. Also, so einfach könnt ihr die Aufgabe machen. Geht halt wirklich in Gruppenkeile, sucht euch eine Infrarotwaffe. Ich habe jetzt in der ersten Runde keine gefunden, leider. Aber ihr seht es, jetzt schon drei Schüsse, drei Headshots und auch so kriegt ihr die Lackierung hin. Jetzt fehlt mir, glaube ich, nur noch eine Aufgabe, meine ich. Ja, wie mit Goldbarren, aber dazu komme ich gleich. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, gerne noch ein Abo und haut rein.